Die Bestrebungen von AfD, Identitären und anderen, das, was bei dieser Wannsee-Konferenz 2.0 in Ansätzen diskutiert und mit ersten Spendenschecks ja auch schon finanziell unterstützt wird, das richtet sich nicht gegen eine bestimmte politische Denkrichtung. Man darf das nicht verwechseln. Nur weil in diesen Tagen manche auf ihren Demos Schildern gegen die Ampel hochhalten, geht es hier nicht um einen Protest gegen SPD, Grüne oder FDP. Wer die Politik dieser Partei nicht unterstützt, hat in unserer Demokratie ein ganz probates Mittel dagegen etwas zu tun. Man kann sich demokratisch einbringen und man kann bei Wahlen andere Mehrheiten herbeiführen, aber hier ist von etwas anderem die Rede. Hier wird von Umstürzen fabuliert, hier werden Galgen im Land aufgestellt, hier wird also mit Gewaltfantasien gearbeitet, hier wird dazu aufgerufen, Menschen aus dem Amt zu jagen und ähnliches mehr. Das ist nicht die Sprache von Demokratinnen und Demokraten, sondern das ist die Sprache von Leuten, die unsere Demokratie verachten. Und dagegen muss nun aufgestanden werden.